Hallo, wir sind es ausnahmsweise mal wieder die Jungs von der Verkostungsfront. Nach vielen, vielen Monaten versuchen wir es mal wieder, aus dem Grund, weil wir wieder große Gewächse haben. Hinter mir ein neues Gesicht, ein bisschen im Dunkeln, das ist der Dominik, der macht bei uns im Wesentlichen Öffentlichkeitsarbeit, Kundenbetreuung, solche Geschichten. Aber hat auch einen guten Gaumen. Und weil ich gerade gar niemanden habe, der mit mir mit verkostet, habe ich ihn bekniet. Er hat sich begreit erklärt, hier hinten im Schatten mich zu erstens zu bedienen und zweitens blöd mitzureden. Wie gesagt, das können wir, das wissen wir, das machen wir jetzt auch. Wir haben heute Rieslinge aus, also Trockene aus Rheinhessen und von der Nahe. Passt ja auch irgendwie zusammen. Wenn ihr das seht, dann sind schon wieder zwei Wochen im Land. Wir können das nicht gleich veröffentlichen, weil ja große Gewächse drin sind und die dürfen erst mit dem 1. August veröffentlicht werden. Das heißt, bis dahin sind wir dann auch schon ein ganzes Stück älter, vielleicht von Aliens entführt, was auch immer. Aber mit dem 1. August oder 1. September? 1. September. Habe ich 1. August gesagt? Siehst du, es geht schon los. Das war ja, sonst wieder. Aber wir sind völlig aus der Übung, man merkt es. Wir fangen jetzt einfach, wie immer, kommentarlos an. Ja. Genau. 23, 75, 70. Das ist ziemlich hart und pflanzlich in der Nase. Das ist etwas Erdiges. Noch so ein bisschen gedeckt und unentwickelt. Also man glaubt auch schon, so einen leichten Gerbstoff zu riechen, der in dem Jahr relativ häufig vorkommt. Ja. Es war offensichtlich, so wie das dasteht, gestern deutlich schärfend. Das hat ein bisschen nachgelassen. Das ist immer ein bisschen Schwefe. Aber es scheint besser zu werden. Jetzt ist es noch leicht reduktiv. Also gestern war hier nicht da. Fällt jetzt nicht wo es negativ ist. Ja, ja, ich sage das jetzt, also sowas sage ich nur, weil ich es halt hier lesen kann, wie das halt aussieht. Und es hat sich offenbar zum Besseren gewandelt. Was ich deutlicher merke als gestern ist, diese Mineralik. Das hat ziemlich Herbmineralisches. Das war gestern ein bisschen noch zu schweflig, da hast du nicht so viel mitgekriegt. Dieses, dieser Gerbstoff aus der Nase, den hat er im Mund auch. Aber das war gestern offensichtlich auch noch total zu. Und jetzt kommt aber doch mehr Saft durch. Ja, ja. Das ist ein bisschen süße auch. Ja. Ja, auch Substanz und Griff. Hat er. Ja. So ein bisschen Kandis. So eine kantierte Frucht. Also die ist schon reif. Aber es war wirklich gestern alles noch sehr, sehr vom Schwefelverein und das hat sich deutlich gebessert. Da merkst du es immer ein bisschen, weil es noch so ganz leicht rauchig brennend hinten ist. Aber man merkt inzwischen, was dahinter steckt. Ja, den hätten wir gestern völlig unterschätzt. Gestern war das wirklich, da schiebe ich noch. Der passt gerade wenig zusammen, aber der setzt sich langsam zusammen. Okay. Okay. Gestern schreibe ich mich noch rein. Die Frage ist, wohin die Reise geht. Zum Glück zeigt das jetzt so langsam. Aber das braucht einfach Zeit. Das hat alles andere. Das kann sein. Gut. Was haben wir? Das ist Niersteiner Orbe von Lisa Bunn. Kann man jetzt kaufen, aber trinken vor vier, fünf Jahren eher nicht. Okay. 23,75, 05. Ja, aber so insgesamt, so Substanz, Struktur von einem großen Gewächs hat das schon. Auch wenn es so ein bisschen noch kalt ist. Das wird ein bisschen zurückhaltender und kühler. Ziemlich pflanzlich auch. Auch immer noch so leicht schweiflich. Und ein bisschen gedeckt. Straff, saftig, ein bisschen zitronig, ein bisschen salzig. Ja, ja. Ja, aber ganz schön zitronen und limette. Aber jetzt merkst du auch, wie gut der andere war. Ja. Das ist deutlich schlanker und etwas kleiner. Das ist zwar gut, das macht auch Spaß. Mit seiner frischen Saftigkeit. Gestern war die Säure richtig extrem. Noch extrem als jetzt. Ja, ja, aber das hat sich ein bisschen eingebunden. Und man meint schon, das ist schon, hat schon eine Motsäure gesehen. Also, da muss man Säure schon mögen. Ja. Ja, das ist schon. Ja, aber straff und saftig ist er auch, klar ist er, Schliff hat er, ähm, das ist schon trotzdem ein guter Wein. Kommt nicht an den Boden rein, aber es ist guter Wein. Was war das? Der Winter war ein Leckerbär. Oh. Das ist natürlich eine Geschichte. Das ist, das war ein guter Winter. Ähm. Aus Tüttelsheim. Ah, jetzt kommt es langsam. Die hellen Etiketten sind manchmal die schwierigsten. Trotzdem bei Gegenlicht. Ähm. Ist ein großes Gewächs. Ich würde sagen, ob wir das Datum richtig haben. Ja, haben wir. Da unbedingt aufpassen. Nur dieses Jahr. Für den GG ein bisschen enttäuschend, weil halt. Sehr säurebetont. Bisschen schlank. Schon gut, aber. Nicht groß. 23, 80, 73. Ah, 73. Mit dem Gewicht aus 37 Jahren eigentlich. Das war noch Mats Schwefel. Ja, ja. Der hat ihn gehalten. Von gestern, ja. Da kommt so viel getrockene pflanzliche Würze. Ja. Ja, ja. Ach, Mineralik. Das ist, da kommt schon einiges dahinter. Ja. Es ist neubel, man will zugebeißen von diesem Schwefel. In diesem Fall erstmal. Ja. Ich bin heißer von diesem ganzen säurereichen, schwefeligen Riesling von gestern und heute. Ja, aber es zeigt auch schon ein bisschen Tiefe an. Das ist ganz leicht schwarzbäriges hinten. Ja. Ja. Und so recht steinig wirkende Mineralik. Das ist ja, ja. Warum steht das nicht drin? Ja, das ist besser. Ja, eben. Säure ist auch sehr, sehr dominant. Ja, ja. Aber einfach ein bisschen besser eingehoben. Da steht auch, da steht ein bisschen mehr Substanz dahinter und da steht auch diese enorme Mineralik dagegen, die ja dann doch eher alkalisch ist. Und die Säure besser puffert als Zucker meiner Ansicht nach. Ja, und es hat auch Substanz im Schliff, eine gewisse Komplexität. Es hat ja fast ein bisschen Noblesse auch, oder? Ja, das hat so eine, so eine, durch diese Reintönigkeit. Und er versucht es nicht mit Zucker zu schweigen. Das ist sehr trocken, aber er hat trotzdem einen tollen Saft. Ja. Nee, das ist deutlich besser. Den würde ich fast noch einen Tag stehen lassen, um zu sehen, ob er nicht noch mehr kann. Ja. Also das gefällt mir. Was war's? Na gut, Wischel. Das ist einer der großen Aufsteiger der letzten Jahre. Wischel. Rheinhessen auch. Das ist 100 Gulden. Wenn man es sehen würde, könnte man es sehen. Also, da muss ich sagen, da waren auch die Basisweine dieses Jahr schon erstaunlich gut. Also das können wir fast blind kaufen. Wischel. Da muss man... Da muss man... Da muss man einen Zettel haben. 23 schon, 70, 73. Was ich eigentlich nicht machen würde, ist die Weine auf den Markt bringen, wenn sie noch so schwierig sind. Da muss man irgendwann einmal dazu übergehen, das einfach nur ein halbes Jahr zu warten. Das ist sehr vegetativ. Ja. Es hat ganz viel so grün, pflanzliche, gemüsige... Und so ziemlich am Brokkoli für mich ja immer. Ja, ein bisschen scharf ist es noch. Noch ein bisschen durch den Schwefel. Aber der Brokkoli schon, der ist wirklich deutlich. Das ist nicht das erste Mal, dass ich den dieses Jahr in solchen Weinen habe. Da haben wir jetzt wieder recht viel Zucker. Ja. Das ist süß und ein bisschen bitterlich zugleich. Ja, das hat hinten schon fast ein bisschen harzig ist, bitter. Ja, richtig. Substanz hat es. Ja, das steht auch da schon drin. Diese Schärfe erinnert also ein bisschen so an grüne Oliven oder Olivenöl. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Dieses vegetabil-scharfe, das hat er mit Pfeffer. Ja, gewisse Härte. Ja, ja. Ich sehe ihn ein bisschen besser als gestern. Aber es ist schon... Der... Der beutelt einen schon mit seiner Monstersäule. Ja. Substanz hat er. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ganz gut reifen können wahrscheinlich. Nicht wegen der Säule sein, aber weil er so fest ist. Ja, okay. Wo sind wir? Nochmal in dieser Runde. Orbel, aber die alten Rebe. Aha. Orbel, alte Rebe. Das heißt, dass es wahrscheinlich in der Haushärche eigentlich der größere Wein sein soll, im Vergleich zum anderen Orbe. Aber es ist halt auch ein bisschen bitterer und ein bisschen arg, soll ich nicht betont. Das hat nicht ganz die Balance, vor allem was dann Süße ja auch noch hat. Ja. Es ist spannend, wo sich das hin entwickelt. Ja, der kann jetzt auch in einem anderen drin. Ja, das ist leichter. Das haben sie auf dem Niveau ganz gern. Ich finde ein bisschen Zucker dabei ist eh. Aber da gefällt mir im Moment die nicht-alte Rechte besser. Ja, ja. Okay. 23, 78, 45. Viel Hilfe. Und so helle, erdige Töne. Noch so einen Hauch Erdnuss. Oh, ja. Aber es geht durch der helle Ton. Auch bei den gemüsigen Töne, die er hat. Das ist auch so ein bisschen wie... Ähm, was fällt man da ein? Ähm, Bambussprossen oder so. Oh, ja. Mhm, mhm, mhm. Stimmt. Ja. Ganz, ganz anderer Charakter. Völlig, ja. Fast eine Spur Senfsaat. Also wirklich so was Helles und was Gelbes. Und es ist, da ist ganz viel davon drin. Kohlrabi, irgendwas in diese Richtung gehend. Oder irgendwas, alles Mögliche. Mal wieder eher ohne Zucker. Ja. Und dann sehr hefig. Und wieder dieses helle, erdnussige. Maut es Gerbstoff? Ach das, ja. Hat schon Zug und Nachhaltigkeit. Im Moment ist es ein bisschen eckig. Da reichen mir die 6 auch nicht, weil er zu viel Substanz hat eigentlich und zu viel Tiefe. Aber es ist im Moment ein ziemlich abweisender. Ja, Charme kommt dieses Jahr eher seltener vor. Das ist halt der Gerbstoff des Jahrgangs, der sich fast durch alle Weine zieht. Ein bisschen teilweise massive Säule. Aber nicht für viel Scham. Die Frage ist dann immer, wo entwickelt sich das hin? Oft heißt es dann mit viel Säule, das entwickelt sich grandios, weil die Säule das alles hält. Aber meistens ist es gerade die Säule, die dann immer streng bleibt. Ja. Wenn die Frucht nicht sich auffüllen kann und es wegstecken, dann bleibt es rau. Wobei das ja Substanz hat. Das hat ja gewisse Tiefe und Länge. Also dem traut man eine gute Entwicklung auf jeden Fall zu. Aber ein bisschen streng ist er. Gut. Sollen wir? Tiefe macht es immer ein bisschen kompromisslos. Das ist die Saulheimer Probstai. Ah. Ja. Das wird super. Tiefe. Lagenwein. Pendant zum großen Gewächs im VDP. Das ist schon fest. Aber jetzt ist es auch ein bisschen hart. Man muss es so kompromisslos mögen. Und dann passt es auch. Schauen wir mal, wo der sich hin entwickelt. Als Essensbegleiter sich ja irgendwann erfordern. Ja. Weil er auf diese Süße verzichtet. Ja. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ja. Richtig. Ein bisschen Kandis drin. Riecht ein bisschen so, wie Kupfer ausschaut. Weißt du, was ich meine? Ja. Dieses komische, das kann man sich, dieses Aromenspiel, das man sich fast als Farben vorstellen kann. Geht auch fast nicht anders. Ja, ja. Wenn man in so eine Ästhesie mächtig ist, dann ist es besser. Ziemlich interessant. Ja. Ja, ich weiß auch, was das ist. Das Dealsbasiswein, oder? Ich glaube, ja. Das ist so, glaube ich. Also, der Weingut stimmt auf alle Fälle. Ich bin jetzt nicht firm mit der Bezeichnung. Ich bin jetzt kein 100%-OK-Dieb-Fälle. Das war ein Auer-Fälle. Stilistisch komplett anders als alles andere, was wir heute bislang hatten. Unheimlich saftig. Hat natürlich auch einen Modsäurebiss und auch gewissen Gerbstoff. Und dann aber auch viel Hefe, viel Schliff, viel Leben. Unheimlichem Zug. Ja, ja. Das ist völlig trocken. Das hat überhaupt keine Süße, die da irgendwas mitspielt. Aber trotzdem, trotz seines Bisses, ein gewisser Charme. Also, das hat was Animierendes. Ja, ja. Ja, finde ich auch. Ja, ganz hinten kommt vielleicht so ein ganz hauch süßlicher Schmelz. So, als hätte er drei, vier Gramm. Aber das passt alles. Das macht richtig Appizit. Ja. Oh ja. Nahe, Steiner. Ja, ja. Das ist ja okay. Das muss man sich jetzt vorstellen. Das spielt jetzt mit Lagenweinen, großen Gewächsen, was er sich was in einer Liga. Ja, ist aber der Basiswein. Kost 11 Euro irgendwas, wenn ich mich nicht irre. Richtig gut. Also viel besser. Nö. Ich habe sowas überhaupt noch nie besser probiert. Ganz ehrlich. Das ist für ein Basiswein nicht billig. Ja. Da führen wir in dieser Qualität. Start. Schlackerst mit die Ohren. Hast's bei mir. Also gut. 23, 73, 24. Ich habe den neu immer noch. Ja. Aha. Ziemlich fest. Ja. So, deutlich trockertrocknet, pflanzliche, kräuterige, dann auch wieder hefige Töne. Warum steht die Hefe nicht drin? Jetzt erinnert ein bisschen an Kaper. Ja. Ja. Man glaubt, das Salz schon zu riechen, obwohl mir das eigentlich immer heiß ist, das kann man nicht. Das gefällt mir aber gut in seiner Kühle. Und Herbheit. So rau ist der Gerbstoff gar nicht mehr. Der bindet sich immer besser. Ja. Filmen, radig. Sehr toll. Oder wäre ich bei einem mehr? Denn... Das hat schon zu gut Schlafen. Ja, ja. Wie man merkt mit der Luft, der Gerbstoff ist ein guter Körner, der alles immer bitterer und härber macht. Ja. Der bindet sich ein. Das ist ja nicht immer so. Vielmehr war ja immer stumpf nicht mehr. Ja, ja. Nein. Das kann aus. Ein bisschen mehr Süße wieder, aber es ist überhaupt nicht störend. Das stört nicht, ja. Das war ein guter Körner, das war ein guter Körner, der Römerberg R ist auch, glaube ich, sein Topfwein, soweit ich mich erinnere. 23,75, 07. Sehr erdig und fast ins Wurzelgemüse gehen, die Vegetabilität, aber trotzdem fein. Es ist also nichts Grobes, Stumpfes, wie man das vielleicht, wie viele Leute denken, wenn man an Wurzelgemüse oder von Wurzelgemüse spricht, dass das mit Wein eigentlich nichts zu tun hat, weil man immer nur diese Fruchtnoten hören will. Das stimmt einfach nicht. Es... Wein wäre nicht komplex genug und nicht komplett, wenn diese... diese eher gemüsigen Töne ausbleiben würden. Wenn es nur Frucht, Frucht, Frucht wäre, können wir Limonade auch trinken. Ja, das ist ziemlich fest. Von der Hefe wird sie geprägt. Und diese Frucht ist so verhalten, dass du jetzt gar nicht genau benennen kannst, was es eigentlich ist. Es ist so ein gelbfruchtiger Unterbau, aber es hat mehr als diese pure Frucht, was ich immer positiv verachte, was die Weihnachten einen besseren Essensbegleiter macht. Nur Frucht. Passt fast. Ja, Hülsenfrüchte. Das hat er auch so ein bisschen Erbsen und Bohnen. Ja, ja. Und so ein heller Tabak. Ja. Gestern schrieb ich Säure betont und er hat auch noch viel Säure. Aber die Frucht hat aufgeholt. Oder sagen wir, die Substanz. Das stimmt, ja. Beim Wein nennt man dann am Gaumen immer das alles Frucht, was dann wirklich am Körper da ist, auch wenn die Frucht gemüsig sein kann oder nussig oder was auch immer. Aber das nennt man halt Frucht. Es gibt also fruchtige Frucht und gemüsige Frucht und lussige Frucht und holzige Frucht. Das gibt es nicht. Das ist wieder was anderes. Brauchst du Erdnussschale? Gell? Das hat er. Das ist schon, ja. Erdnussschale ist ein bisschen Kontra. Also die ist da, aber es steht nicht alleine da. Das ist doch eine Hähnlöde. Finde ich ganz gut eingebunden. Dann habe ich jetzt da zweimal Erdnussschale drinstehen. Das ist wirklich so. Der Stoff setzt sich gegen diese Säure langsam ziemlich gut durch. Auch wenn sie präsent ist. Also auch das schmeichelnd ist das nicht. Aber gut ist es trotzdem. Es bleibt ein bisschen rau. Aber es hat halt auch mal Substanz. Ein bisschen trocknet da hinten raus. Man merkt den Gerbstoff des Jahrgangs schon sehr. Dieser Hitzestress. Oder von mir aus auch Sonnenbrand, was auch immer das ist. Oder vielleicht wehren sich die Beeren auch einfach gegen diese Hitze. dadurch, dass sie sich mehr Phenol, dass sie mehr Struktur in Schalen und Gehäuse und sowas einlagern. Kann schon sein. Aber man merkt es, aber es ist halt genug Substanz. Stefan, unser Geiersberg, großes Gewächs. Also gut. Ein großes Gewächs. Seit wann rede ich Englisch eigentlich? Scheiß öffentliche Netz. Also, Bechtheimer Geiersberg. Ist das Bechtheim? Schon, ne? Ich glaube, das ist Bechtheim mit Geiers. Nicht Dittelsheim. Steht da nirgends. Ist ja egal. Es ist jedenfalls der Geiersberg. Das ist 2015, großes Gewächs von Winter. 23,75, 0,6. Da haben wir sehr deutlich grüne Bohnen. Ja. 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 Stehen vorsichtshalberne drin. Ja. Hefe, Kräuter, also ein bisschen Bohnenkraut. Ja. Und es stimmt, was da drin steht. Das sind so ein bisschen wege, weiße Blüten. Die er da drin hat. Nicht nur wegs, teilweise auch frisch. Das ist ein Hauch Kamele. Mhm. Ja. Stimmt. Ein bisschen Zitrus betont. Ja, Limetten stehen drin, das stimmt. Mhm. Ja, Waldmeister. Ja. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht, aber was mir da ein bisschen fehlt im Vergleich zu den anderen, ist ein bisschen die Tiefe. Oder irre ich mich da. Den Nachdruck, der letzten Vorgänger hat er nicht. Ja. Das ist eine geschliffene Frucht, die auch reif ist, trotz der Hohensäure. Auch leintönig. Mhm. Festigkeit, gewissen Griff, naja. Na, aber ich finde im Vergleich zu den letzten zwei, drei Wangen ist das nicht so komplett nicht so rund in sich. Ein bisschen die letzten Tiefe. So ein leichtes metallisches Bitter hinten raus. Ich würde den, glaube ich, nochmal probieren. Ich, äh. Will ich nochmal sehen, morgen. Ähm. Ähm. Ich muss nochmal. Kloppberg. Aha. Also. Wir haben nochmal ein großes Gewächs von Winter. Das ist Kloppberg. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, zu welchem Ort. Das Karte steht auch nicht drauf. Keine Ahnung. Das Dittelsheim. Bei Abbechtheim. Ich weiß es nicht. Ich schäme mich, aber ich weiß es nicht. Ich schäme mich nicht. Ich kann ja nicht alles wissen. Den gibt es ja noch nicht lang. Also das ist das Erste, was ich höre. Also wenn es ihn letztes Jahr schon gegeben hat, dann leistet ich ab, bitte. Aber wissen würde ich es nicht. Gut. Machen wir einen Faktencheck. Naja. Gleichens nach. 23, 75, 71. Heißt ja nicht, dass es die Lage nicht vorher schon gab, aber es kann ja sein, dass das Teil einer anderen Lage ist und jetzt mittlerweile halt einen Gewannnamen tragen darf. Da hat sich ja einiges verändert. Das ist ja wurscht. Wir müssen ja nur wissen, was drinsteckt eigentlich, oder? Was wichtig ist das? Das ist ja auch sehr pflanzlich. Auch so ein Hauch Bohnenkraut. Trotzdem ist es ja ganz anders als dieser Winterkraut. Sehr herb. Wirklich wieder grüne Bohnen. Ja, ja. Ganz deutlich. Grüne Bohnen und Bohnenkraut. Wirklich total herb. Sehr hefig. Ja, ja. Also die Hefe bestimmt da noch ganz viel. Ungeheuer kühl im Mund. Es hat auch ein bisschen die Hefe dafür, aber nicht nur kühl, pflanzlich, herb, säurebetont. Und da kommt dann das Salz von der Mineralik dazu. Das macht das, das wirkt recht kalt. Auch da fehlt mir ein bisschen die letzte Tiefe. Und im Hintergrund wird halt, die Säure macht ihn schon streng. Ja, ja. Das ist nicht schlecht, aber da muss man schon echt ein richtiger Krebsfrutfreak sein. Ja, ja. Wenn man das also wirklich mit Luft und Laune in großen Schluppen trinkt. Total. Das ist, ja, ja. Ganz genau. Deswegen zeig ich das. Das ist total wie in Krebsfrutbeißen. Nicht, dass dem am Substanz fehlen würde, aber das ist ja harte Lust. Nur für Fans. Dieses Dienst. Was haben wir? Gisabund der Ölberg. Puh. Gisabunds Ölberg in diesem Fall. Die Lage hätte ich nicht erkannt. Die hat oft so etwas leicht Öliges und Erdliches. Das hat es da gar nicht. Das ist ganz eiskalt. Oh, Zoll betont. Schon Stoff. Okay. Eigenjähriger Stoff. 23, 80, 91. Helle Töne, hell, pflanzlich, tobakig, erdig. Ja, auch der Safran, der da drin steht, das ist gar nicht so falsch. Diese leicht gelbe Würze. Es ist nicht direkt Curry. Karriere. Safran. Safran, ja. Jetzt bitte mal etwas mit ein bisschen mehr Zucker. Gleich ein bisschen. So kommen Handys mit raus. Ja. Ich schaue mich das. Es ist interessant, es ist bezeichnend, obwohl das sehr, sehr viel Säule hat, von der man ja dann immer sagt, die sorgt für Struktur und Rückgrat und Schliff, ist es halt schon so, dass die Süße ein bisschen dafür sorgt, dass die Konturen doch leicht zerfließen. Es bleibt also nicht ganz so präzise, wie es die meisten Weine ohne diesen Zucker sind. Nur ist man da wahrscheinlich ziemlich froh, dass sie ihn hat, weil das hat auch eine Master-Säule. Ja, ja. Puh. Ja, was leicht rustikales hat. Ja, auch viel Hefe noch. Die Hefe sorgt immer zusätzlich zu dem Gerbstoff, das die Weine dieses Jahr ja wirklich alle haben. Zusätzlich für etwas leicht Trocknendes, etwas leicht Sandiges, etwas leicht Anbitterndes. So ein Effekt hat Hefe halt auch. Das heißt ja nicht nur Gerbstoff, das verstärkt sich gegenseitig. Und wenn dann die hohe Säule dazukommt, dann hast du einen ganz, ganz hohen Anteil kantiger Inhaltsstoffe. Da werden die meisten Trinker sehr froh sein. Das ist ein bisschen süß, das ist ein bisschen süß. Das hat auch Substanz, ne? Das ist auch wirklich fest. Ja, auch eine gewisse Tiefe. Diese, wie gesagt, diese Härte. Ich gebe ihm nicht mehr. Ich bin gespannt, wie sowas erreicht. Ja, mehr Säule, aber man darf auch nichts gegen Zucker haben. Man darf nichts gegen Zucker haben, aber man darf auch nichts gegen Säule haben. Das ist wirklich, das ist richtig... Das ist nicht banal süß-sauer, dazu hat der Wein so viel Substanz. Aber es hat halt beide... Es ist süß und hart und sauer. So alles ein bisschen. Das passt nicht einmal so schlecht zusammen eigentlich. Weil die Substanz das wirklich zusammenhält. Das ist das Glück, dass ihm der Hintergrund fehlt. Aber... Die Frage ist halt, ob das je charmant ist? Nee. Beeindruckend tut's. Aber das ist charmant? Ein bisschen scharmen wollen wir doch alle in unserem... Wagner Stempel, Siefersheimer, Höllberg. Ich denke, das muss man nicht dazu sagen. Da hat man ja schon wesentlich beeindruckende Regale. 23, 80, 77. Das sperrt sich auch hinten raus. Ja. Dann wird es sicher noch einen Tag geben und den morgen nochmal probieren, um zu sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ja. Im ersten Moment ist das Seife. Das ist ein bisschen schärfender. Viel Hefe, pflanzliche Noten. Ja. Die Frucht hell, aber ganz versteckt. Und säuerlich. Schon fest. Aber... Gibt überhaupt nichts her. Gibt überhaupt nichts her. Außen. Diese Hefe. Die Vieh zudeckt gerade. Motsäule. Ja. Pflanzliche Noten. So ein bisschen an den Steinseller, die erinnern für mich. Mhm. Jetzt habe ich recht deutlich, gerade im Abgang. Mhm. Schrei mal rein. Das ist auch so eine Prognose, die ich mich gar nicht abzugeben wollte. Wo das sich wirklich hinentwickelt hat. Im Moment ist er total zu. Also wir werden auf dem noch einen Tag geben, um zu sehen, wo es sich hinentwickelt hat. Jetzt haben wir. Scharlachberg. Ah. Binger, Scharlachberg. Eine tolle Lage. Aber... Im Moment kaum zugänglich. Gibt es die Nummer? 23, 78, 43. Puch. Auch die Schwefe. Ja. Das deckt die noch ein bisschen zu, auch zusammen mit der Hefe. Ja. Und wieder so leicht hülsenfruchtartig vegetabil. Mhm. Ein bisschen Kambis. Und man merkt, es ist sehr reife Frucht. Mhm. Substanz und Saft. Griffe auch. Das, ja. Vielleicht nicht völlig restzuckerfrei, aber es ist fast weggedeckt von diesen herben, hefigen, helltabackigen Aromen, die er wirklich deutlich hat. Mhm. Und noch ein bisschen zugedeckt ist er. Mit sehr vielen Säulen. Der Kerbstoff ist hier deutlicher geworden. Gestern habe ich geschrieben, angedeutet. Aber man merkt ihn schon. Das ist wirklich deutlich. Ja. Es kleidet den Gaumen regelrecht aus. Mhm. Es muss nichts Negatives sein. Es kann in der Reife gerade von Vorteil sein. Weil bitter ist der Kerbstoff nicht. Das wird wirklich reif. Mhm. Und es hat halt schon Substanz. Ja. Da passiert ja was. Das ist salzige Mineralik. Ja, gewisse Tiefe auch. Abgang kommt der Zucker leicht wieder. Ja. Ja. Ja, aber es kann trotzdem was. Ja. Es wird ja gut reifen. Halt! 17 wird es noch nicht anfassen. Okay. So. Törle, Schlossberg. Okay. So. Törle, Schlossberg. Das ist wieder das Weingut. Törle mit dem Schlossberg aus Saulheim. 23,9. Ah. Warte mal. Nein, nein. Ich muss noch draufschreiben, dass wir die Note verändert haben. Das weiß, wenn ich nachbewerbe. Gut. 23,9,20. Das ist wieder spontan. Das ist fest. Hilfig. Immer noch ein Stück schwefelig. Aber total spannend. Sprich, es ist schon wieder die. Ja, genau. Das ist so völlig anders. Eine Motz-Spannung. Und hinter diesem ganzen ist eine ganz brillante Frucht. Das hat halt wieder Null Zucker. Genau. Null, ja. Das lebt ausschließlich von seiner echten Substance. Ja. So geht's halt auch. Schmeckt bestimmt nicht jedem. Aber das ist halt zugepackt. So, Herr, hat da eine Motz-Säure. Gar keine Frage. Aber eine irre Mineralik. Ja. Noch ziemlich kantig. Auch da. Mal schauen, wo sich sie entwickelt. Aber es ist unheimlich fordernd. Die Säure treibt einen Schweiß auf die Stirn. Aber es hat halt die Substanz und Tiefe auch. Steht gut da, glaube ich. Mal nix machen. 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 Oder diesen Wahnsinn bis rein schreiben, den er hinten hat. Die Säure zieht schon extrem nach. Ja. Da geht's schon rund. Wenn du eine 9 pro Milliarde hast hast. Ja, aber da ist ja die Substanz da. Das ist komplex. Das arbeitet auch nach. Ja. Muss man mögen. Mit der Säure. Aber gut ist es. Ja. Und was haben wir jetzt? Dorsheim. Okay. Gibst du den Ausgießer? Genau. Also. Das ist Dorsheimer Ortswein. Von dir. 23, 76, 80. 23, 76, 80. Ich habe den Eindruck, es ist böse. Ja. Ich weiß nicht, wie es sogar den Kümmel da drin klappt. Mit zu riechen. Das ist sehr fest. Das ist sehr fest. Den deckt auch der Schwebel ein bisschen zu. Das ist alles noch sehr verschlossen. Aber du merkst, dass es ziemlich fest ist, oder? Ja. Okay. Und sehr viel so frisch pflanzliches. Das ist nicht nur ein Nüssing, sondern überhaupt da. Salat weiß gerade. Irgendwas in dieser Art. Das ist jetzt richtig frische, helle, krimierende pflanzliche Aromen. Schmeckt wie Spätlis im Vergleich. Das hat ja eine Mottsüße. Das erschrickt mir erst, wenn man dieses Knochen trockene vorher hat, und dann kriegst dir diesen... Man riecht es auch nicht. Du riechst es auch nicht. Du riechst es auch nicht. Du riechst es auch nicht. Es riecht viel herberer. Es schmeckt. Es ist richtig süß. Ja. Ich meine, das ist schon klar und geschliffen. Eine Frage, ja. So ist das nicht. Aber wir haben das vorhin schon mal gemerkt. Wenn diese Süße so hoch ist, dann verschwimmen die Konturen. Es ist halt einfach leicht an den Rändern zerfließt. Das macht nur diese... Entschuldigung, blöde Zucker. Nicht, dass das nicht schmeckt, aber es könnte präziser sein ohne Zucker auch. So, jetzt habe ich noch geschimpft. Weil er hat viel Gutes auch. Ja. Fest kräuterig, mineralisch. Er hat Saft. Er hat Schliff. Ja. So ein bisschen Kandiston. So ein bisschen Kandiston. Ja. Es fehlt halt einfach ein bisschen an Präzision dadurch. Kann er das aufwiegen durch den Rest? Bin ich hin oder hergerissen? Ich könnte auch nicht tendieren. um jetzt die Punkte runterzuschließen. Ja. Aber es stimmt schon. Es fehlt ein bisschen die Präzision. Und hin raus zieht er dann wieder durch diese Mats Mineralik, die er hat. Ja. Ja. Sag mal, Induvio provino. Ja. Ciao. Sie sind ja, das dachte ich mir. Das ist ein bisschen Tau-Stil dort. Das ist Dr. Cruzius. Bastei. Okay. Das habe ich schon mal erlebt als eine der größten Reine, den ich je begegnet bin. Ähm. Das ist schon sehr gut, aber da kommt er mit ganz ran. An die allerbesten Zeichen. Und ich würde auf diese Süße verzichten. Okay. 23, 80, 75. Ui. Ein bisschen schärfen würde er von Schwefel und Wiegel. Wurzelgemüse. Mhm. Es hat schon so einen eintopfmäßigen Gemüseton, oder? Ja, das stimmt. Es soll ja auch nicht negativ wirken. Aber es ist halt auch auffällig. Ja, ja. Jetzt mit der ganz leichte Überreife, was die Frucht angeht. Wie die? Wie die? Wie die? Ja. Was sowas? Ein bisschen Blumenladen. Da ist flat alles. Ja, aber schon so ein bisschen dieses... Ja. Ja. Die sind warme Blumen. Die sind hier, oder? Ja, warme, ja. Mhm. 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 Ja, und es kommt auch wieder. Dieser Kiwi-Ton. Dieser Kiwi-Ton. Mhm. Mhm. Und diese frische von der Salatgulke. Ja. Das hat er beides. Ziemlich deutlich. Und er kennt sogar ein bisschen Maracuja dazu. Ein bisschen Passionsfrucht geht schon auch. Ja. Dieser Kiwi-Ton. Auf der einen Seite ein bisschen ins Exotische. Auf der anderen Seite in dieses Frischpflanzliche, das die Kurkis hat. Mhm. Floral ist er wieder. Die Krebsflutsäure. Eigenwillig. Ja. Spannend. Es chargiert so ein bisschen. Ja, es chargiert. Die Frage ist nur, hat's die Tiefe für wirklich mehr? Und daran zweifle ich gerade. Aber hinten raus, das ist ganz nett. Das ist, da kommt wieder dieses Passionsfruchtartige. Aber hat's die Tiefe für noch mehr? Ich glaub' nicht. Mhm. 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 Da steht's bei den 88 gut. Ja. Okay. Das ist, das war ein gut Büschel wieder mal. Gau-Algesheimer. Unlesbare. Komm schon. Früh hat Anbrillen geholfen. Ah. Hilft auch heute noch. Na, nur teilweise. Was soll das? Na, die Sonne ein wenig rumkommen. Also. Das unbeschriftete Etikett. Schau mal. Weiß geht nicht. Dunkel geht nicht. Es ist egal. Ihr glaubt's mir. Es ist einfach. Gau-Algesheimer. Sand-Lau-Rensi-Kapelle. Habe ich den nächsten schon? Ah ja. Ist schon drin. 23, 75, 72. Okay. Okay. Ich möchte auch erst ja das einen ganz leichten Sponti-Ton. Eben. Sehr getrocknet pflanzlich. Das ist ein Hauch Bohnenkraut. Auch wieder. Herb. Nussige Töne. Es wäre so einen großen Holzfass ausgebaut, wenn es nicht die Hefe ist. Aber es wird schon. Es hat so was Nuss-Scheinartiges. Mir ist das sympathisch, wie das riecht, weil das so unaufdringlich ist. Das hat so mehr Würze als plakative Frucht. Das ruht auch erwähnt in sich. Das ist so aufgeräumt. Ja. Das ist ja auch im Mund. Auch da aufgeräumt. Ein bisschen so Havanna-Tabakig. Scheint wirklich Holz zu sein. Schmeckt so wie ein Humidor riecht. Ein bisschen. Ja. So im Hintergrund. Ja. Und der grüne Speck. Also du weißt, was damit gemeint ist. Das ist nur, eigentlich ist der da nur weiß, weil es heißt halt grüner Speck. Man hat kein Fleischanteil. Es ist nur diese Speckschwarte. Genau. Und der ist sehr gut gemacht. Ja. Zu diesem ganz feinen Weihgeschmack, das hat das. Dazu ein bisschen Kräuter. Ja. Holt er noch ein bisschen runter. Das ist so, weil er so ruhig ist. In sich geschlossen. Auch trotz der Mattsäule, die er ja wie so viele hat dieses Jahr. Ich würde ihm nicht mehr geben. Aber es gefällt mir. Ja. Sag mal. Wieso? Ah. Ich würde jetzt noch Fans. Okay. Jetzt werden wir alle langsam Fans. Denn das ist wirklich, das macht wirklich Laune. Ja. Das ist, vor allem das zeigt auch ein bisschen Boden. Durch diese. Mhm. Ölig-regetabilen Töne. Das ist schon herkunftstreu. Ja. Das entwickelt sich wahrscheinlich ziemlich gut. 23, 80, 93. Und das hat im Moment kein Problem mit den großen Gewächsen mitzuhalten. Nö. Nö. Nicht die Spur. Ja. Und sie traut sich es kompromisslos zu machen. Das gefällt mir. Ja. Dass das nicht irgendwie sich einschleimt. Ja. Zitronentee. Ja. Und auch so ein bisschen Butter. Butter, ja. 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 Wie hebt das Ganze. So diesen. Bisschen so warmfloral. Völlig anders als alles, was wir bislang hatten. Ganz leicht Musik. Ja. Ganz, ganz eigen. Ja. Ganz, ganz eigen. Die zarten Butterton zieht er auch im Mund durch. Das mangelt ihm gar nicht in Festigkeit. Butter. Zitronenbutter. Und eine Monsterseite. Aber auch die bindet sich da besser ein, als das gestern der Fall war offensichtlich. So laut, wie er jetzt drin steht, finde ich ihn nicht mehr an. Ne. Ne. Das war jetzt ganz frisch aufgemacht. Gestern schien er einen schon ein bisschen angeschrien zu haben. Säurebetonter Abgang mit Zitrusbetonter Frucht. Ja. Vielen Dank. Das ist nussig vom Holz. Nein, das ist ein bisschen gedeckt und trocknet hinten. Ja. Der kann es für mich nicht ganz. In der Nase. Denk ich ja. Sofort. Am Gaumen. Da wird es dann ein bisschen austrocknen. Und dieses bitterlich nussschalige. Leider, ja. Richtig. Es reicht mir nicht ganz. Ich fürchte, das wird spröde mit dieser Reife. Ich fürchte auch, dass ich weiß, was das ist. Magst du einen Tipp abgeben? Das Herkritz. Ja, genau. Das sind wir jetzt nicht. Sehr schön. Ach, ich habe es nicht fürchtet. Leider. Das ist ein Wagner Stempel. Sieversheimer Herkritz. Ganz schwer offensichtlich dieses Jahr. Da bin ich sicher morgen nochmal, aber im Moment baut sich das. Das ist möglich, ja. Du merkst aus einem Abgang. Es bleibt spröde. Ja. Und es ist, es ist, es ist. Weißt du, da arbeitet nichts nach, wovon du sagst, das möchte ich wieder und wieder und wieder. Ja, ja. Ja, wir hätten vorhin meinen, wo der einfach gearbeitet hat und das ist produktiv und da passiert noch was. So. Komm mal jetzt hier. Okay. Sehr zurückhaltend. 23, 78, 44. 78, 44. Genau. Ich hatte jetzt eine einfache in meinem, die völlig überzeugend war. Das, wie ich gesagt, wir geben ihm noch einen Tag. Moment. Tut mir das echt weh. Na. Das ist schon so leicht hochfarbig. Also, hochfarbig ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist sehr, sehr gelb. Ja. Ja. Und das hat auch so diese Kohlrabi-artigen Wurzelgemüsetöne drin, oder? Ja. Ja. Nur sie stehen da, Vorsichtshalber nicht. Aber sie sind da. Ja. 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 wird dann auch erdnuss es gibt ja auf jeden fall ist diese gelbe richtung ganz leicht wirklich das ölige von einer erdnuss erstaunlich kühler dieses nutze dieses erdnuss jetzt hat er was war das im mund obwohl das trotzdem dabei bleibt also ist auch wieder nussig schmeckt bleibt der sehr kühl ja das hat auch kann das sogar aber so zu überhaupt gar nicht zu wie eine austere übrigens schmeckt ja wahrscheinlich schmeckt er irgendwann zu es ist halt fest ja es hat er den grundton von weißen burgunder ist von einem riesling einzig dieses zitronige und die säure ja gut begann zitrus fürchte aber dieses sehr explizit zitronen sind diese massive säure spricht dagegen es ist in diesem art in diesem stil gemacht wird sehr ganz gut entwickeln das steht da gut glaube ich das ist wieder mal der hallo wir haben gesagt je dunkler desto besser ist es lesbar da muss nur rumbrüllen da geht schon saulheimer hölle schmeckt schon ein bisschen nach seiner herkunft habe ich den eindruck gut habe ich schon 23 79 18 das ist noch zu schwierig das ist doch schon wieder das ist völlig unarbeitet hätte er zu gemacht du riecht die ganz reife frucht gar keine frage man glaubt auch diesen mürrgen gerbstoff zu riechen das hat zwölfen halb alkohol die frucht allerdings schmeckt so reif als hättest du ein wein mit 13 halb alkohol das können die schon wirklich es ist wirklich saftig und reif und das wirkt und das hat kein zucker aber die frucht wirkt fast süßlich obwohl sie zuckerfrei ist das merkt man hinten raus zucker macht sich am abgang auch gemerkt bemerkbar und wenn diese reine reife ist das kriegst du kriegst im abgang nicht wieder dann bleibt deshalb aber schmeckt am gaumen scheinbar ganz ehrlich morgen noch mal das ist so zu ja zwar vorhin offener offensichtlich aber da jetzt was draus zu machen hat ganz hinten also wie gesagt das ist die burglaien riesling arzwein war letztes jahr schon eine meiner lieblingsweine in dieser kategorie jetzt haben wir die 23 80 95 bohnen so wieder so ein beispiel was ganz oft stattfindet wenn du weine hast die ziemlich reduktiv sind also ziemlich viel schwefel hefe etc dann kann sein dass wenn du die aufmachst dass sie offener sind als wenn sie luft kriegen so widersprüchlich das klingt aber da gibt es ihnen diese luft und wenn sie noch reduktiver als vorher was wirklich theoretisch komplett widersprüchlich ist es ist so da wird der schwefel noch schärfer näher und sehe ich jetzt mit und das hat jetzt ist es halt recht total vereinnahmend jetzt von lebe und schwebe total viel saft sehr reife frucht bissel eingemacht nicht ganz trocken also schon spürbare süße ja ganz leicht so angetrocknet das stimmt moment passt da wenig zusammen will das auf der einen seite die süße die mazäure dann hast du aber viel substanz dann hast wefel dann hast gerbstoff was nussiges also haben tut er viel dann passen sonst noch nicht süße säure gerbstoff unheimlich rechtes durcheinander ja das wirklich unentschlossen das ist das ist ihr versteigerungswein wagner stempel das erste mal wie das einige andere inzwischen ja auch schon machen der offizielle übertrefferwein emt 2015 kommt also morgen noch mal vielleicht gibt es den in einem video auch noch mal schauen wir sehen 23 76 und 99 kühl und hell ganz hell auch hellfloral bergwiesenartig wenn du das weiß was ich mein ja die mineralik ist hell wie sie süß nicht sehr süß aber man merkt halt so ein schliff wieder was sehr helles und dann kommt der bau ist leicht bedeckt 90 sind es nicht ganz viel zahlt ich nach dir ah ja das ist ja klar was das ist exklusiv wird relativ klassisch kühl geschliffen süß sauer deutscher trockner riesling in anführungszeichen mit aber die das ist wie gesagt dr cruzius preiser mühlberg großes gewächs wir auch 23 33 sehr fest ganz fest es ist noch viel hefe die wir ins nussige es packt schon zu das ist eine ungeheute substanz auch schon in der nase komplex mit einem kräuter und gewürznoten und das ganze bleibt unaufdringlich das ist alles ziemlich komplex da wir jetzt davon wieder wie man auf zucker verzichten kann und das ganze mit substanz auf ihn das hat der mord substanz ja und es hat noch eine irre also das ist jetzt hier stärker geworden von letzten mal des probieren das macht jetzt so zu das hat eine tolle länge tiefe substanz jedes mal wenn dann wieder auf der stimme der schweiß auftritt der kalte dann wächst jetzt hat es tatsächlich gepackt ja jemand verstehe jeden der sagt das kann ich betrinken weil das einfach monsters was ich nicht verstehe sind so diese deutschen riesen fliegt die alles an der säure festmachen es kann gar nicht mehr genug sein das ist so ein effektetrinker das man ist mit dabei manchmal glaube ich so abgestumpft dass man das deutscher riesen fliegt dass man etwas nicht enormes säure und ein bisschen zucker hat nimmer als gut wahrnimmt alles andere wird glätschert also das ist bei dem wein falsch gelästert weil das hat ja die substanz länge ist das ist ja wirklich ein saug oder wein nur die frage ist wo geht es wirklich hin und die stellt sich erst morgen heute nicht zu ende das ist das ist sprich zweitwein unter den großen gewächsen wenn ich das richtig verstanden 23 29 16 eine sehr reife frucht eingemacht jetzt muss ich nur umschreiben weil das eingemachte steht nicht drin das stimmt auch ja der erste der überhaupt anders hat mir ja das stimmt das hat man vorher gar nicht ja ich wäre es auch klar das ist goldloch es hat immer diese schmeichelnden frucht dann kannst du es immer erkennen das bitte wenn ich eine rasse das goldloch ist schmeicheln und der burgberg ist das ist ein bisschen dunkelbäriges heidelberg ich habe das auch im mund so sind wir der zugänglichste wobei das hier zugänglich ja auch schon ein euphemismus ist das ist wirklich relativ zu sehen das ist wieder sehr viel tabak viel das ist erstklassiger wein ja ja auch hier wieder eine matzfrucht ohne süße zu benötigen ja tabakig salzig ja ja saftig würzig unterschreibe ich alles und halt auch fruchtig ja wieder auch ananas auch mit diesem ganz zarten bitter mit der ananas richtig ja steht und glaube ich was aber schon größer ja das ist weil jetzt wird es auch einfach natürlich und das ist jetzt keine kunst mehr das gg bleibt da hallo das ist das heimgoldloch schlossgut deal hola kranterin ui hat das kohlensal bist du schon der wein? das ist schon der neue ja ok ich mach jetzt auch rein nur äh 2379 15 also man sieht das vielleicht wenn das einmal geschüttelt wird da ist schon noch ordentlich gärkulensäure drin das heißt man hat an diesen weinen gar nichts gemacht so ungefähr boah alter Schwede ja das ist die Festung ja genau das ist Burgberg genau und wie fest das ist tut mir leid aber da hat das Goldloch keine Chance ah da haben wir wieder Brokkoli der ist wieder da der hat sich wieder reingetraut ja was für eine tiefe Struktur ultra trocken ja aber eine Würze eine Festigkeit Saft Griff und das ist das was ich hinten raus arbeiten nenne der hört nicht auf da geht so richtig da geht so richtig was ab da hinten also das muss man einfach mal probiert haben zu merken was da wo guter und großer Abgang Unterschiede haben ja und das ist wirklich Messerschaden das ist da verschwimmt halt nix das ist blöder Ausdruck finde ich immer fast aber das ist echt kristalli ja ich glaube dass diese 93 dabei weiterhin nicht reicht aber ich würde den morgen über morgen noch mal probieren müssen das ist wie immer der Brokkoli ist der der sich am letzten als letztes offenbart der braucht immer am meisten Luft und Zeit aber wir sind ja bei 5 also es ist Wahnsinn es hat auch eine Irresäule es ist auch wieder was man muss diesen Weinstil natürlich mögen aber in dem Weinstil es besser machen das muss man auch erst mal an der Kriege Wahnsinn Deal ja was ist das Burgberg 23,79 17 Herb verschlossen pflanzlich hewig sehr hell in einer Aromatik ist das Bittermännchen ja immer ja ja jetzt ist Quatsch sehr gut jetzt nein nein jetzt müssen wir gar nicht drum groß rumtun immer kühl immer herb sehr straff und kalt wie Stahl wobei das jetzt so wirkt das hätte sogar eine leichte Süße im Vergleich zu den anderen aber trotzdem ist es eiskalt ja das ist das ist ein ein Wein-Sorbet so schmeckt es wirklich oder aber komplex und dicht und saftig und straff ein bisschen Candies im Hintergrund das ist schon reif die Frucht so reife Zitronen oder Zitrusfrüchte irgendwie hat er die Feststellung Feststelltaste geblückt ja bin wir bei drei aber es ist trotzdem es ist ein sehr spannendes Ding und es ist halt Bittermännchen wie es lebt und lebt alles Leben alles Spannung Rasse es ist Bittermännchen gut damit haben wir es oder super das war die letzte für heute die mit der Reihe die Flasche zum zeigen nur zum ich meine gesehen hat man das jetzt ja auch schon alles paar Mal diesmal steht halt Bittermännchen drauf man kann es mir glauben oder jetzt versuchen abzulesen irgendwann will ich eine Kamera die das kann da schau her ein Stück weit geht es also wie auch immer das war es für heute ich hoffe es war trotz der wie lange haben wir gebraucht oh eineinhalb Stunden Entschuldigung einigermaßen unterhaltsam aufschlussreich es werden sehr wahrscheinlich einige der Weine in einem späteren Video nochmal auftauchen weil wir den Weinen wie vielleicht bekannt ist immer noch ein zwei Tage Zeit geben um zu sehen wie sie sich entwickeln dieses Jahr werden sie es wahrscheinlich noch mehr brauchen nicht immer entwickeln sie sich dann zu ihrem Vorteil es gibt halt doch viel Gerbstoff und viel Säure und viel Hitze in diesem Jahr die Großen werden groß werden die Kleinen naja das ist ein Schmarrn die Großscheinenden das ist halt nett ich habe genug gequatscht für heute verbleiben wir wir sehen uns hoffentlich bald bis dahin schönen Tag Barry bis jetzt bis jetzt a